Ladies and Gentlemen, ihr seht jetzt die schlechteste und failigste Aufnahme aller Zeiten auf YouTube. Viel Spaß. Hey! Hey! Telefon, Mann! Startet die Aufnahme schon? Das war dein Stichwort. Hier ist dein Schöner Lotte. Oh, danke, Monsieur. Lecker, lecker. So, Leute, ich bin's wieder, euer Jogger. Heute spielen wir ein Ründchen Minecraft. Vielleicht kennt ihr das Spiel. Manche sagen, da baut man nur Blöckchen und spielt im Sandkasten. Aber es ist ein geiles Spiel, vor allem, wenn man so eine geile Map bereitgestellt hat von dem lieben Moritz. So, jetzt. Start. Hallo, Fremder. Äh, Jogger. Hau rein. Du hast 15 Sekunden Feuerresistenz, sobald du rausgehst. Spring hinein. Oh. Oh, ja. Das war richtig soft. So. Oh, ein Quiz. Frage 1. Haben Frösche Körperbehaarung? Also, mein Frosch hat es. Wenn ihr wisst, was ich meine. Haha. So, Leute, es geht weiter, nachdem ich die Uschi kurz ins Sprechzimmer geholt hat. Für einen feuchten Snack. What the fuck? Also, ich würde mal auf den Angelou tippen. Was ist jetzt richtig? In die Mitte. Ich gehe außen. Ha! Scheiße. Ey, Mann, ich dachte, das wäre richtig. Frage 2. Was machst du, wenn du vor... Von einer wütenden... Zeitschnecke? Was ist denn eine Zeitschnecke? Angeknabbert wirst. Hm. So richtig geil ins Ohrläppchen. Oh, nein. Oh, nein. Aha. Ich... Leute, ich hab's raus. Mit Zeitschnecke. Zeitschnecke. Leute, ich hab... Ich kann Deutsch. Ich kann richtig Deutsch. Zeitschnecke. Damit ist Oma gemeint. Deshalb, wenn du angeknabbert wirst, das ist eine erotische Bemerkung von eurer Oma. Dann müsst ihr sie zurückkissen. Okay. Und so kam Sir Jogger zum ritterlichen Hofe. Los, Fanfaren. What is that sound? Oh, jetzt geht's... Kimme! 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 Ah! Nein! Haha. Nein! Ich hab kein Herz mehr. Ah! Schnell, lauf! Lauf, Johnny! Johnny! Nein! Junge, diese Fische... Du hast meinen Namen falsch geschrieben. Ich werde dich finden und dann werde ich dich töten. Du, der du meinen Namen falsch geschrieben hast. Dreckiges Stück Scheiße. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Schießen wir lieber mit dem Bogen. Hä? Junge, das muss treffen. Digga! Hä? Leu, wie mies ist das denn? Äh! Äh! Äh, jetzt komm, Mann! Äh! Äh! So, Leute, das war's jetzt. Ich hab kein Bock mehr. Tschüss. Ich werde jetzt machen. Ich lebe das. So, Leute. Ich hatte gerade eine kleine Verabredung. Deswegen... ...kannst du jetzt sauber weitergehen. Soll ich drücken oder nicht? Nee. Schnell! Was zur Hölle ist das? Junge, die Nippel sind einfach nach unten verrutscht. Ist das geil. Oh, die Tür ist zu. Zähl mir den Ocelot. Hä? Oh, die Tür ist zu. Ach. Oh, die Tür ist zu. Zähl mir den Ocelot und schie... Was war das, Mann? Hä, wo ist der denn jetzt rausgekommen? Ah. Fischchen. Komm her. Na komm. Hier gibt's Futter. Hier gibt's was, was nach Fisch riecht. Hm. Soll ich mir Liebe machen? Hm, ja, du willst doch auch. Hm, ja. Hm, ja. Hier, steck dir den Fisch hinten rein. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du ganz zack. Dann wirst du das hier beheben. Komm her! Komm her! Ja! Ja! Oh. Oh, ja. Hau nicht ab, süßer. Nein. Gisela! Komm von den Eck! Komm von den Eck! Komm von den Eck! Gisela! Es gibt kein Abendessen! Komm! Mach noch ganz schöne Dinge. Zu zweit. LOL! Hä? Du bist ne Tür aufgegangen? Ah. Ja, nein. Nein! Komm, geh da hin! Ich hab keinen Bock mehr zu Hause. So. Let's go! Anwaltskanzlei Heaven. Doktor, Doktor. Scheiße, was heißt die Uhr? Wartet vorhin, ich google das. Was heißt das? Jurist. Jurist! Ich hab's gerade nachbeguckt. Ja. Das Telefon scherhält und ich steh im Keller. Vielleicht nur verweht. Doch ich bin schnell, ich bin der Telefonmann. Ich kenn's Telefon dran. Und das war's jetzt, Leute. Mit dieser Folge. Heh.. Heh.. Duh.. 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 Ach ja.. Jetzt kommt.. ein klein wenig Bonus-Material. Außerdem.. hollowedem bedanke ich mich für über 100 Abonnenten. Tschüss! Tch. Tch. wieldually so wh smelling roulette. Yah, pong, zieh mal gut! Tch. Tch. Was if not ру- Be assembly Wie hast du das denn beim schlaf'n? Junge, aus war das WLAN. Ist das weg? 費 Das ist schon nass. Okay, Jan, Kameramann ist dran. Ja, Paul, aber ich kann, guck mal, ich... One try von hier. Mit links. Supergut. Let's go. Das ist großartig. Das ist großartig. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018